So, einen wunderschönen guten Morgen Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Mittwoch, der 26. Juli 2023 und gemeinsam wollen wir natürlich heute einen Blick werfen auf die Earnings. Gestern von Microsoft und von Google, beziehungsweise vielleicht auch schon mal so vorab schauen ein wenig, was die FED uns liefern könnte. Heute Abend dann ab 20 Uhr ist, glaube ich, die Leitzinsentscheidung, beziehungsweise 20.30 Uhr gibt es noch eine Pressekonferenz, mitteleuropäischer Sommerzeit. Aber ganz besonders der Fokus unsererseits auf den Earnings und vielleicht meinerseits ganz besonders sogar auf Google. Da gibt es nämlich ein ganz interessantes Pattern, was in der letzten Woche, in den letzten Wochen aufgetreten ist, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und was vielleicht für heute für Google auch beginnen könnte, eine Rolle zu spielen. Und das ist interessanterweise, trotz sehr starker Earnings meiner Einschätzung nach und eines auch verhältnismäßig gelungenen Earnings Calls, ist das tatsächlich ein Setup für die Short-Seite. Also, warum, wieso, weshalb? In wenigen Sekunden gibt es mehr. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man sich bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständigen Risikohinweis ganz besonders auf xdb.com.de. Darum hinaus nutzt gerne die Möglichkeit, mit dem Kundensupport, dem deutschsprachigen, hier in Deutschland Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr Fragen habt zur Plattform, zur Kontoeröffnung, zu den angebotenen Assets, zu, 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 was auch immer. Also gerne Kontakt aufnehmen und eure Fragen dort stellen. In eigener Sache ganz kurz ein Hinweis. Alles, was ich jetzt hier gleich in den folgenden Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, sondern es ist rein informativ, rein edukativ. Ich teile meine Gedanken. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Ich würde die gerne beantworten. Aber es ist keine Anlageempfehlung. Und das bitte, was ich jetzt hier präsentiere, auch nicht als solche missverstehen. XTB ausgezeichnet als bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr aufgelistet in der Mitte. Und wenn ihr euch bereits ein eigenes Bild machen können, habt ihr auch entsprechend die Möglichkeit, natürlich für XTB bei der Online-Broker-Wahl 2023, das war das Wort, was ich besucht habe, von Broker-Vergleich hier für XTB abzustimmen. Einmal den QR-Code scannen oder aber die URL einmal in den Browser eintippen und eventuell nicht nur XTB eine Freude machen für XTB abgestimmt, sondern auch tolle Preise gewinnt, Broker-Vergleich hier entsprechend verlost. Ein Grund, der, wie gesagt, dazu führen könnte, dass ihr XTB eure Stimme gebt, vielleicht die X-Station, in die wir jetzt einen Blick werfen wollen. Und wir haben hier gleich den Chart von Google einmal aufgemacht. Ich habe das vorbereitet. Wir sehen Google in einem starken Aufwärtstrend. Ich überlege gerade an dieser Stelle, ob wir vielleicht erstmal mit Microsoft anfangen und dann auf Google schauen. Vielleicht passt das ein bisschen besser. Dann haben wir nämlich auch Microsoft einmal ganz kurz in Bezug auf seine Earnings abgefrühstückt. Also, sowohl als auch, ich kann das schon vorwegnehmen, sowohl Microsoft als auch Google jeweils mit starken Earnings. Nur, es war im Hinblick jedenfalls auf Microsoft ein bisschen enttäuschend, was wir zu sehen bekommen haben mit dem Earnings-Call, dann in der Nacht unserer Zeit jedenfalls, der dort stattgefunden hat. Der Ausblick für den Bereich KI, also künstliche Intelligenz, der mit Sicherheit seinen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir in Microsoft, hier mal zusammengestaucht, sogar neue Allzeithos markiert haben. Der Ausblick, der dort geliefert wurde, war eher nicht so überzeugend, beziehungsweise er war okay, aber er war eben jetzt auch nicht crushing. Also ähnlich vielleicht, auch wenn es nicht Software, sondern Hardware ist, im Falle von dem Ausblick im Hinblick auf den Umsatz, den Nvidia gestellt hat, auf seinem Earnings-Call beispielsweise. Und es hat dazu geführt, dass Microsoft in der Nachbörse dann rund drei, dreieinhalb Prozent verloren hat. Interessanterweise, wir sehen das jetzt hier nicht eingefangen, weil es der gestrige Handelstag ist und nur die Kasse einfängt. Aber wir werden eine Eröffnung zu sehen bekommen, vermute ich mal. Also ausgehend davon, dass wir vielleicht in der Vorbörse, oder beziehungsweise Gesetz im Fall, wir bekommen in der Vorbörse, jetzt keine große Volatilität, im Bereich ungefähr der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Das ist ungefähr der Bereich um 3,35. Interessanterweise, mit einem Bruch tiefer, würde dieser Aufwärtstrendkanal gebrochen. Als Intraday-Trader stellen wir uns natürlich die Frage, wo ist denn eine potenzielle Zielregion, besonders auch mit dem Ausblick auf die FED-Leitzinsentscheidung, die wir heute Abend noch zu sehen bekommen. Das ist heute einmal hier. Um 20 Uhr wird die Leitzinsentscheidung verkündet. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, es werden 25 Basispunkte Zinsanhebung sein. Das, was viel mehr interessieren wird, ist, was wird die FED in Aussicht stellen darüber hinausgehend. Ist es das gewesen mit den Zinsanhebungen? Gibt es eine Zinsanhebungspause im Zyklus? Kommt dann noch was im Hinblick auf Zinsanhebung? Oder aber ist man willens vielleicht sogar jetzt schon zu kommunizieren, dass man dann ab der ersten Hälfte 24 anfängt, Zinssenkungen auf den Weg zu bringen? Was sagt man im Hinblick auf mögliche Preisentwicklungen in Öl? Da gehen wir wieder zurück in Richtung 80 Dollar pro Barrel. Vielleicht ist das ein Grund dafür, davon auszugehen, dass wir jetzt zeitnah erstmal mit einer anziehenden Inflation wieder konfrontiert sind. Wie reagiert die FED da drauf? Und dergleichen. Das ist das, was heute Abend eine Rolle spielt, was für das Makro-Bild natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt und was dann auch Auswirkungen auf Einzeltitel hat, selbst wenn sie Earnings geliefert haben. Heißt, ich würde da diesbezüglich jetzt aktuell jedenfalls noch nicht die Bäume in den Himmel wachsen sehen. Könnt ihr mir aber dennoch vorstellen, droppen wir die 3,35, haben wir Potenzial bis 3,25, 3,30 auf der Unterseite. In der Microsoft. Das hat auch damit zu tun, dass der letzte Earnings-Release, der hier stattgefunden hat, im April, dass wenn wir auf diesen einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankern auf dieses News-Event, dann werden wir feststellen, dass der ungefähr um 3,28 reinkommt. Also ziemlich genau in der Mitte dieser gerade von mir gemachten Spanne 3,25, 3,30. Also brechen wir die 3,35 in Microsoft, halten unterhalb, ist nicht auszuschließen, dass wir diesen Bereich anlaufen. Aber Trading-Technisch, wie gesagt, denke ich, ist eine Google ein bisschen interessanter. Auch die gestern mit Earnings. Ich will ganz kurz einmal hier in den Earnings-Kalender gehen, damit wir eine Übersicht haben. Microsoft Alphabet, querstrich Google, also Tickersymbol G-O-O-G-L, das sind die A-Shares. An dieser Stelle, es gibt auch G-O-O-G, das sind die C-Shares, aber wir konzentrieren uns auf die A-Shares. Und die haben gestern auch Earnings vorgelegt und die waren gut, durch die Bank weg, richtig gut, starke Earnings. Und auch der Earnings-Call, anders als beispielsweise bei Microsoft, wo, wie gesagt, vielleicht eine Enttäuschung sich breit gemacht hat, dass das Wachstum im Bereich KI nur graduell gesehen wird, nicht exponentiell, also nur stufenweise, das war einfach so ein bisschen Sand ins Getriebe des jüngsten Bullruns und wo wir jetzt vielleicht eine Korrekturbewegung eben dann einleiten und wo sich eher Abgabedruck zeigt. Bei Google war das alles grundsolide. Also nochmal, die Zahlen waren herausragend stark. Gewinn pro Aktie 1,44 gegen 1,32. Revenue 77, also Umsatz, 74,6 gegen 72,77. Add Revenue, auch vielleicht eine Indikation für die konjunkturelle Verfassung. Normalerweise gehst du davon aus, wenn wir eine Rezession in uns einer befinden oder beziehungsweise ein sehr, sehr skeptisches, düsteres Bild für die Wirtschaftsleistung in den USA zum Beispiel skizzieren. Dann gehst du eher davon aus, dass Marketingausgaben auch reduziert werden. Das wäre eine Indikation, auch Google würde sich dem nicht entziehen können und müsste dann eigentlich einen Drop in seinem Add Revenue sehen. Ganz im Gegenteil. 58,14 gegen 57,45 Milliarden, also auch über der Erwartung liegen. Cloud Revenue ebenfalls stark. Auch da war das Wachstum zum Beispiel bei Microsoft nicht ganz so stark ausgegeben und auch die Verknüpfung zu KI konnte nicht so wirklich hergestellt werden. Wie gesagt, Alphabet war da, man würde sich fast schon sagen, herausragend. Also wirklich herausragend und hat dazu auch dann geführt, After Hours, da können wir mal kurz einen Blick drauf werfen, hier von MarketWatch aufbereitet, dass es die meistgehandelte Aktie war mit 13,91 Millionen, also wie gesagt, die Class Air Shares, hier sieht man auch GOG, das sind die Class C Shares, auch 6,81 Millionen, aber in Summe war das auf jeden Fall der liquidere Titel. Gap Up, wir sehen einen Preis von rund 130 Dollar mit 6,05 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag. Okay, das sind Informationen in Ordnung. Da wissen wir ungefähr, wo die Aktie reinkommt, also vorausgesetzt bleibt in der Vorbörse ruhig. Und ich habe hier mal eine vertikale, Entschuldigung, eine horizontale Linie reingelegt, diese schwarzfarbene, das ist ungefähr, ich mache das mal gestrichelt, das ist ungefähr der Preis, wo wir gestern dann rausgegangen sind. Und das Interessante ist, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir sehen, wir gappen folglich, sollten wir in diesem Bereich eröffnen, auf 52 Wochen hochs. Das ist das letzte Mal gehandelt worden, dieser Kursbereich, also hier finden wir auch eine potenziell starke Widerstandsregion, übrigens aus der Warte, übrigens um 127, bin mal dumm, gäbe mir jetzt leicht drüber auf jeden Fall. Das letzte Mal, dass wir hier gehandelt worden sind, das war im April 2022. Und jetzt gab es ein, bis dato jedenfalls, ganz interessantes Muster, welches nicht branchenspezifisch ist. Und zwar, wenn man genauer mal hinschaut, dann wird man feststellen, wir haben ja schon einige Earnings gesehen, zum Beispiel JP Morgan mit seinen Earnings. JP Morgan hat Earnings vorgelegt, das war hier am 14. Juli, also jetzt am Freitag vor zwei Wochen, auch in JP Morgan gäbten wir, das ist der Eröffnungskurs hier, um 152,90, 153, auf neue 52 Wochen hochs. Und haben dann für den Tag, auch wenn wir in der Folge weitere Aufschläge gesehen haben, aber haben erstmal für den Tag Abschläge gesehen und haben uns im Bereich der Tagestiefs aus dem Handel verabschiedet. Das Gleiche, das ist Finanzsektor, im Airlines-Sektor, da Delta auch mit Zahlen, das war hier, das war einen Tag vor JP Morgan, am Donnerstag, am 13. Auch auf 52 Wochen hochs gegappt, auf rund 50, auch sehr, sehr stark reingelaufen. Auch hier, wir müssen immer mal uns das im Gesamtkontext anschauen, auch Google, wenn auch nicht so steil gehend, aber doch in einem starken Aufwärtstrend sich befindlich. Auch Delta gappt auf neue 52 Wochen hochs. Gappt in die höchsten Gefilde sogar seit 21, also das sind sogar zwei Jahres hochs, in die wir hier gappen an dieser Stelle und wird dann am Tag und auch am Folgetag eher abverkauft. Und wie gesagt, das sind zwei unabhängige Sektoren, kann reiner Zufall sein, aber es sind jetzt schon mal zwei Occations gewesen an dieser Stelle, also zwei Fälle in der jüngeren Vergangenheit, die mich auf jeden Fall aufmerksam werden lassen. Besonders auch, weil ich für das übergeordnete Umfeld so ein bisschen skeptisch bin, ob wir mit der Fed wirklich noch so in der Lage sind, bullisches Fuel zu bekommen mit einer geldpolitisch lockeren Haltung oder vieles davon nicht schon eingepreist ist und der Markt vielleicht dann beginnt, sich korrektiv zu zeigen. Nehme ich also dieses Muster aus den Einzeltiteln, Branchenunabhängig, wende das hier an auf Google, sehe ich auch hier ein potenzielles Gap auf neue 52 Wochen hochs. Also es hängt natürlich davon ab, ob wir wirklich in diesem Bereich dann auch die Eröffnung sehen, aber gehen wir davon aus, 130 ist ungefähr der Bereich und wir sind in der Lage dann oder nicht in der Lage, diesen Bereich rauszunehmen, sondern toppen aus gegen diese Region, rollen über und fallen unter den volumengewichteten Durchschnittspreis, halten unter der Eröffnung, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch kurze dynamische Plays, wo man sagt, naja, heute Abend ist die Fed, ich möchte eigentlich jetzt nicht einen Intraday Swing halten und den gesamten Tag, vielleicht sehen wir erstmal einen kurzen Moment, um zur Eröffnung und dann orientiere ich mich neu, sobald wir die Fed haben oder dergleichen im Open Range Breakout oder dergleichen auf der Unterseite. Fakt ist auf jeden Fall, es ist ein Muster, welches auftritt, welches durchaus es interessant werden lässt, mit dem Gap auf neue 52-Wochen-Tiefs in die Eröffnung hinein, eher die Short-Seite zu, oder beziehungsweise Ausschau zu halten nach potenziellen Short-Plays. Das ist etwas, wie gesagt, müssen wir gucken, ob sich das so ausgibt und müssen auch schauen, ob wir unter 130 zum Beispiel halten. Vielleicht ist es auch so, wir laufen sofort drüber, halten, etablieren einen Aufwärtstrend, halten den volumengewichteten Durchschnittspreis, da möchte ich natürlich nicht mehr in der Google Short sein, aber es ist zumindest mal ein Muster, welches durchaus nähere Betrachtung verdient und eventuell ganz interessant sein könnte. Morgen haben wir zwar die Meta-Earnings, Facebook, auf die wir einen Blick werfen wollen, aber nichtsdestotrotz, sollte sich ein Trade ergeben, würde ich den natürlich hier entsprechend zum Thema machen, sollte ich ihn dann gemacht haben und alles Weitere dann morgen zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Happy Trading! Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen, habt euch wohl, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.